Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie man sich bettet, so lebt man. Und in dieser dekorativen Bettwäsche von Coop lässt sich besonders schön träumen. Denn es gibt es jetzt um einen Preis, der für die Schweizer Spitzenqualität einmalig ist. Diese Coop-Bett-Garnitur besteht aus zwei Küssen mit einem Duet in gewohnten Massen. Und das hübsche, originelle Blümchenmuster gibt es in verschiedenen schönen Farben. Das bringt Ihnen jetzt schon ein bisschen in den Frühling ins Schlafzimmer. Auch die Qualität ist erstklassig, nämlich 100% Baumwolle. Bei Coop gibt es jetzt die praktischen Fixbetttücher aus Frotte Stretch. Das geht eins, zwei und schon sitzt das Fixbetttuch straff und faltenfrei. Sie sind eben längs und quer elastisch. So ein Fixbetttuch von Coop bietet Ihnen alle Vorteile. Dank der bewährten Kombination von Baumwolle und Polyamid sind sie besonderes Pflegelicht. Und sie sind natürlich bügelfrei. Und der weiche Frotte Stretch ist speziell angenehm. Nämlich die Seite, wo man darauf schläft, ist reine Baumwolle. Die Fixbetttücher und Bettgarnituren gibt es jetzt bei Coop zu Preisen, die, wie gesagt, für die Schweizer Spitzenqualität einmalig sind. Überall dort, wo die Plakate hängen, in den Coop-Center und Coop-Barenhäusern. So, und jetzt präsentieren wir Ihnen zwei aktuelle Frischproduktangebote aus Ihrem Coop-Laden. Hochaktuell sind jetzt natürlich die Orangen. Und bei Coop sind sie jetzt besonders günstig die feinen, süssen Jaffa-Shamutti-Orangen, die sich ja so mühelos schälen lassen. In Ihrer Coop-Frischproduktabteilung hat es jetzt aber auch ein besonders günstiges Angebot an erntefrischem Blumenkohl. Übrigens, ein kleiner Tipp. Gehen Sie beim Kochen ein bisschen Zitronensaft dazu. So bleibt Ihnen der Blumenkohl immer schön weiss. So, wir danken Ihnen fürs Zuhören und sagen auf Wiedersehen. Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt es beim Coop die Hit-Angebote. Tavamalt für ein gesundes Wachstumskilo nur 6,95. Und ein Kilo Nesquik für nur 6,50. 600 Gramm Goldstar Spinat fixfertig tiefgrillt für nur 1,35. Ein Liter Coop Citro für nur 50 Rappen. Und ein Liter Coop Gräbfri für nur 60 Rappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es beim Coop 400 Gramm feinen Frischback-Butterzopf für nur 1,80. Und Jaffa-Orangen voll Sonnen und Vitaminen. Ein Kilo für nur 1,20. Und hier kommt der aktuelle Preisschlager die praktische Einkaufstasche aus Canvas für nur 7,90. Profitieren Sie morgen in Ihrem Coop-Laden. Auf Wiedersehen.